Hallo und herzlich willkommen jetzt also hier zu einer Art Nachschlag, zu dieser Aufgabe, zeige, dass die Asymptote für f von x gleich 0,5 mal 2a minus e hoch x in Klammern zum Quadrat gleich a von x gleich 2a ist. Da haben wir im ersten Teil so gesagt, dass dieses hier eine Exponentialfunktion ist und diese Exponentialfunktion als Asymptote entweder eine Parallele zur x-Achse hat, so wie man sich hier das vorstellt bei e hoch x, die hat ja hier hinten als Asymptote für Limes x gegen minus und endlich die x-Achse und im anderen Teil ist das mit der Asymptote nicht so weit her, dass es dann meistens ein Grenzwert gegen 0 strebt oder es gibt natürlich auch noch diese Variante, dass es dann, erklärt sich glaube ich grafisch von selbst, da werde ich jetzt nicht noch dazu stammeln. Hier ist es jetzt so, dass wenn wir Limes für x gegen minus und endlich berechnen wollen, von dieser Funktion hier, dann können wir natürlich als erstes mal versuchen, hier minus und endlich einzusetzen. Ja, und was passiert dann? Dann steht hier 0,5 mal 2a minus e hoch x, habe ich ja gerade eben gesagt, sieht so aus. Und wenn wir gegen minus und endlich streben, dann nähern sich die y-Werte an 0 an, deswegen ist da der Einzelgrenzwert 0. Das ist so ein Ding, was man dann überschauen sollte. Hoch 2. 2a minus 0 ist 2a. 2a minus 0 in Klammern zum Quadrat ist 2a in Klammern zum Quadrat. Ist dann 0,5 mal 4a Quadrat. Dann habe ich hier das Quadrat aufgelöst und dabei kommt dann raus 2a Quadrat. Jetzt machen wir hier natürlich gerade Freestyle und nicht irgendwie hier von wegen, wie wir das in Wirklichkeit machen, sondern man könnte es zum Beispiel jetzt hier verbal lösen, dass man sagt, der Grenzwert von e hoch x, was das einzige Term ist in dieser ganzen Gleichung, der mit dem x zu tun hat, der Grenzwert von e hoch x für x gegen minus und endlich ist gleich 0. Daraus folgt, dass in der Klammer 2a stehen bleibt. Und das Endergebnis, wenn ich ausmultipliziere und die Klammer auflöse, ist dann 2a Quadrat, was die Asymptote für diese Funktion hier ist. Dieses Ergebnis stimmt nicht überein mit dem Ergebnis aus der Aufgabenstellung und deswegen ist die Asymptote, Asymptotengleichung a von x gleich 2a Quadrat. Und ansonsten, wenn das jetzt aufgeschrieben werden muss, könnte man jetzt zum Beispiel gleich folgendermaßen vorgehen, dass man das aufschreibt wie folgt. Aber das ist jetzt auch wieder so eine Sache, wo ich den Hinweis loswerden muss, wenn du sicher gehen willst, dass das nachher als richtig beurteilt wird, dann solltest du, was die Schreibweisen angeht, nochmal unbedingt deinen Lehrer oder deine Lehrerin vor Ort fragen. In diesem Fall ist es jetzt so, dass wir sagen können, entweder wir multiplizieren das aus, dann steht hier Limes von x gegen minus unendlich von 0,5 mal 2a Quadrat minus 4a e hoch x plus e hoch 2x. Dann haben wir das Ganze nämlich hier nach der binomischen Formel ausgerechnet und den Potenzgesetzen, die dazu gehören. Dann können wir als nächstes sagen, Limes x gegen minus unendlich von 0,5 mal, hier steht eine 4a Quadrat, Entschuldigung, 2a in Formel zum Quadrat ist 4a Quadrat, 2a Quadrat minus 2a e hoch x plus 0,5 e hoch 2x ist gleich Limes von x gegen minus unendlich von 2a e hoch x plus und so weiter Limes x gegen minus unendlich von e hoch 2x. Das sind dann die Einzelgrenzwerte Bildungsstellen, dann können wir hier feststellen, dass da gar kein x ist, deswegen ist der Grenzwert dann 2a Quadrat. Hier ist der Grenzwert 0, denn der Grenzwert von e hoch x für x gegen minus unendlich ist 0 und 2a mal 0 ist 0 plus 0, denn hier ist tatsächlich der direkte Einzelgrenzwert 0, hier fehlt die 0,5 noch, naja, nun geht es aber los, aber das merkt man vielleicht mir auch gerade an, dass das Ganze hier sehr viel Schreibarbeit ist, für sehr wenig, ja wahrscheinlich sogar für sehr wenig Punkte im Endeffekt, aber das kannst du auch gerne nochmal als Erfahrungsbericht in einem Kommentar schreiben, da würde ich mich freuen, ich halte hier nochmal das Schild ins Bild, sage Tschüss und auf Wiedersehen und ich hoffe, du freust dich auch!